Schönen guten Tag zusammen und aufgepasst, dies ist eine wichtige Durchsage an alle Rocket League Fans. Ich stelle dieses Video auf YouTube nämlich online, um euch zu sagen, dass um 15 Uhr gleich auf www.twitch.tv slash TheBurbanKid unser großes 3 gegen 3 Rocket League Turnier, der extra klasse stattfindet. Bis gleich, haut rein und ciao.